Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pikmin 4. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich würde euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo moin leutini und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Pikmin 4. Jo beim letzten Mal haben wir uns die letzten Einträge in der Piclopädie von Oli Masseite gegönnt. Nochmal ein bisschen den Garten der Giganten erkundet, Wege geöffnet, Löcher entdeckt zum reinhüpfen. Und wir wollen heute in den selbigen Garten zurück. Ich hatte aber noch beim letzten Mal ein, zwei Serien fertiggestellt und die wollen wir uns jetzt nochmal aus beiden Sichten eben kurz gönnen. Über mir ist eben kurz ein Zeitstempel, wenn ihr die Einträge überspringen wollt vom Schatzkatalog. Pikmin 4. Die haben wir zum Glück keine mehr so wirklich. Also ich gucke da gleich nochmal rein, sicherheitshalber, aber ich meine nicht, dass wir neue mehr haben. Und wir legen dann jetzt mit den Einträgen los. Zuallererst haben wir die Serie Schlafenszeit vor uns. Ich lese erst einmal mit Schnuss und dann mit Olima die einzelnen Dinger durch. Wer auf der Suche nach Oli im Schlaf ist, sollte dieses im Bett ausprobieren. Es ist nicht nur eine komfortable Größe, sondern lässt sich auch gut umdrehen. Wer das tut, wird von feinem Staub eingehöhlt, der zu schönen Träumen verhelfen soll. Naja, da bin ich ja eigentlich anderer Meinung. Die Matratze des Betts soll so bequem sein, dass sogar der unruhige Schläfer auf ihr tiefe Träume versinkt. Ich schlafe tief und fest, daher war ich neugierig, welche Auswirkungen dies auf mich haben würde. Würde ich hier wieder wachen? Ja, zum Glück. Hundebett Dieses riesige, hundeförmige Bett eignet sich wunderbar als Schlafplatz für einen Träumengefährten. Es ist nicht zu den... und dazu wird sogar selber. Ein Hund auf einer hundeförmigen Matte? Gibt es etwas Entzückenderes? Nein. Mein Hund Balbi verfügt über die erstaunliche Fähigkeit, überall schlafen zu können. Das haben wir gemeinsam. Meiner Frau gefällt es allerdings gar nicht, dass Balbi sich überall breit macht. Ein eigenes Bett für ihn könnte die häusliche Harmonie verbessern. Vogelbett Seit Ewigkeiten sind Vögel der Inbegriff von Freiheit und Erfolg. Sieht man in einem Traum einen Vogel, ist das Glück, einen am nächsten Tag holt. Und schläft man auf einem Bett wie diesem, soll das glückfeierende Traum befördern. Die Forschung zeigt, dass Vogelgezwitscher beruhigend wirkt und den Schlaf fördert. Ich brauche keine Hilfe, um gut zu schlafen. Doch wenn man sich auf der Matratze fühlt, als würde man ein Niggerchen im Wald halten, probiere ich das Ding gern mal aus. Das Fischbett Das Leben soll aus dem Meer entstanden sein. Da überrascht es nicht, dass wir uns dem Wasser so verbunden fühlen. Auf diesem Bett fühlt man sich schwerelos wie ein Fisch im Wasser. Man kann sich von den genannten Zeiten seiner Träume treiben lassen. Dieses Fotostöcker erinnert mich daran, wie ich einmal in die Außenhülle der Neufinden reparierte. Durch die Schwerelosigkeit und die Sonnenstrahlen fühlte ich mich wie ein Fisch im offenen Meer. In Wirklichkeit schwebte ich nur zwischen jeder Menge Welthauschrott. Ja, das war die Schlafen-Zeit-Generation. Und hier sind die Betten alle nochmal aufgetischt. In eigener Reihe. So, als nächstes haben wir die Serie Paläontologie vor uns. Und wir fangen mit dem Octopus an. Ein Alien? Nein. Nur ein Octopus. Wobei dieses Exemplar ist schon etwas seltsam. Eine neue Unterspezies vielleicht? Oder steckt mehr dahinter? So wie mich diese Augen anschauen, werde ich das Gefühl nicht los, dass er telepathisch kommunizieren kann. Entschuldigung, ich musste gerade kurz die telepathische Nachricht dieser Oktoplusse verarbeiten. Die sagten, wir sind Oktoplusse. Diese seltsame Kreatur gibt vor, ein Octopus zu sein. Es ist bekannt, dass manche Tiere Mimikrie betreiben. Doch in diesem Fall ist sie nicht überzeugend. Ist es überhaupt ein Lebewesen? Ich werde weiter forschen, doch zuvor nehme ich einen klitzekleinen Happen. Oh, lecker. Geheimnisvoller Quetschfisch. Was für eine eigenartige Fischart. Der Körper ist durchsichtig, aber prall mit schwarzer Flüssigkeit gefüllt. Wenn man auf ihn drückt, schießt die Flüssigkeit heraus. Sie ist lecker, aber auch extrem salzig. Das heißt ja wohl, dass dieser Fisch im Salzwasser lebt. Wie verstörend ein Mund, der abgeschraubt werden kann. Lädt die Kreatur alle Körperflüssigkeit, wenn er nicht richtig aufgeschraubt wird? Mir ist mal ein Joghurtbecher ausgelaufen. Und meine Tasche hat wochenlang nach saurer Milch gerochen. Ich glaube, da war das Problem aber woanders. Molchiges Gehäuse. Dieses Schmuckstück ist das uralte Überbleibste eines Meereswesens. Sieht zunächst einmal unspektakulär aus. Aber wenn man es umdreht, Überraschung. Innen günstert ist es wie ein Juwel. Oder genauer betrachtet wie ein Wassermolch in meiner Heimat. Dieses Fossil wurde am Strand gefunden. Auch von seiner Form her würde ich auf ein Meereslebewesen schließen. Vielleicht war das, was heute ein Strand ist, vor langer Zeit ja einmal der Meeresboden. Ja, da gibt es viele Theorien. Hausschuhkäfer-Fossil. Die Überreste eines Käfers, der vor Ewigkeiten lebte. Und es bevorzugte, mit einem Partner als Paar zu leben. Die Paare wurden aber oft getrennt. Und ein Käfer war dann so gut wie unauffindbar. Moment, verwechslte ich das wegen seines Namens? Dieses Fundstück wurde nahe eines Bergflusses entdeckt. Unerinnert an die Abdrückung von Schuhen. Die man im flachen Wasser trägt. Vielleicht hat diese Kreatur solche Schuhe ja nachgeahmt. Um sich anschleichen und Nahrungsfreude stehlen zu können. Ja, und das war Paläontologie, ne? Und da haben wir nochmal die ganze Familie. Alter, sieht das Fossil-Fancy aus. Na gut, dann gucke ich jetzt noch eben kurz, ob Piclopädie-Einträge noch vom letzten Mal da sind. Sicher ist sicher. Ja, wir haben noch ein paar Einträge vor uns. Ich hatte nicht mehr im Kopf, welche Einträge ich alle abgeschlossen hatte letztes Mal. König Knollenauge. Der Wert eines Lebewesens für sein Ökosystem hängt natürlich nicht von seiner Größe ab. Und trotzdem ist eine Kreatur von solch gigantischen Ausmaßen für mich einfach nur mal ästhetisch. Nicht nur stellt er sich mutig jedem Hindernis, auch sein Brüllen lässt selbst den mutigsten Weltraumabenteuer in seinem Raumanzug erstachen. Ja, das stimmt tatsächlich. Hier handelt es sich um ein Fürst-Knollenauge im weit fortgeschrittenen Alter, der nicht mehr das Rudelverhalten jüngerer Vertreter dieser Spezies zeigt, sondern das Rudel verlassen hat und zum Einziger geworden ist. Er ernährt sich, indem er mithilfe seiner starken Beine springt und Beute unter sich zerquetscht. Und das mit einer Geschwindigkeit, die man seinen gewaltigen Körpern niemals zutrauen würde. Sein Alter lässt sich bestimmen, indem man die Ringe kalt und zifierte Epidermis zählt, die seinen Panzer formen. Ein Ring formt sich mit jedem Lebensjahr. Es wurden auch schon Individuen mit einem Alter von über 100 Jahren entdeckt. Das Hinterteil dieser Kreatur ist oft mit Moos und Pterodoktyren bedeckt. In seltenen Fällen können dort aber auch ungewöhnliche Pilze wachsen, nämlich Punktmorscheln. Ich glaube, das waren diese grauen Auswüchse, die auf seinem Hinterteil drauf waren. Ja, wir haben sonst nur einen anderen Eintrag, nämlich die Schirmflunder. Mit seinem gewölbten Panzer und dem niemals stillstehenden Mäulchen sorgt sie alles auf, was sich vorher befindet. Diese Kreatur ist so etwas wie der Staubsauger-Roboter der Natur. Erschreckt sie sich, öffnet sich der Panzer wie ein Regenschirm. Ein absolut beeindruckender, wenn auch überraschender Armblick. Aus dieser Spätes entwickeln sich Blaseballknall- und Kamuflunder. Sie verfügen auch über den Panzer auf ihrem Rücken. Kopf und Beine sind von einer Schicht aus harten Muskeln bedeckt. Daher bewegt sie sich selbst bei einem Angriff kaum. Andererseits verfügt sie über enorm empfindliche an Blumen erinnernde Kiemen, die charakterisch für die Molluskenfamilie sind. Werden die Kiemen berührt, muss die Schirmflunder zum Atmen ihren Panzer öffnen und schützt so vorübergehend nicht mehr ihren weichen Körper. Das ist also eigentlich die Taktik. Das Ding dazu bringt, dass es den Panzer hebt und dann kann man es verprügeln. Ich dachte, ich würde da Bomben reinwerfen. Diese samt wirkenden Amphibien verschlingen einfach alles, was in ihren Sichtkreis gelangt. Wie eine Art lebendiger Staubsauger. Und das waren bisher alle Einträge. Wir hatten nicht viele neue Monster letztes Mal kennengelernt. Jetzt geht es aber zurück in den Garten der Giganten. So, bevor wir jetzt hier irgendwas großartig machen, mache ich ja erstmal das, was ich beim letzten Mal gegen Ende noch vorhatte. Und sammle jetzt hier vorne zumindest die Viecher alle noch eben kurz ab. So, Leute, ich habe jetzt meine Drohung erstmal wahrgemacht und alles hier oberhalb, was an Lebewesentod rumlag, jetzt mal abgesammelt. Vom Prinzip her haben wir hier außerhalb eigentlich so gut auch schon gar nichts mehr wirklich zu tun. Wir müssen halt die Untergrundbereiche jetzt auf jeden Fall mal so langsam machen. Das sind die Bereiche, die fehlen. Hier oberhalb wird nicht mehr viel rumliegen. Oberhalb haben wir eigentlich alles gemacht. Ich würde sagen, das mit Moos, das machen wir als letztes. Gönnen wir uns erstmal die Dandori-Herausforderungen und dann gehe ich in das Loch da unten rein. Also ich habe jetzt hier alles mit den Fels-Pigments abgesammelt. Damit wir hier ordentlich was am Fels-Pigment haben. Das werde ich beim nächsten Gebiet, wo wir dann wahrscheinlich die Flügel-Pigment, deren Zwiebel finden, dann auch so machen, dass ich alles mit den Flügel-Pigments absammle. Da würde ich ordentlich was am Flügel-Pigments habe. Weil Flügel-Pigments sind eigentlich das Beste, was Abtransport angeht, weil die über alles fliegen können und den kürzesten Weg haben. Schwere Dinge sind wertvoller, aber schwer zu transportieren. Wie du transportierst, ist wichtig. Dort zeigt sich dein eigener Wert. Warte. Äh. Erstmal überschauen. Ich will ja auf jeden Fall auf die Flügel-Pigments hier hauptsächlich gehen, wenn ich das richtig verstehe. Die Dinger muss ich wegbrennen. Na gut, aber danach kann ich definitiv alles auf die Flügel-Pigments machen. Also ich sollte nach Wirklichkeit so viele Flügel wie möglich mitnehmen. Ich muss ja nur mindestens ein rotes behalten. Zum Absatz wird hier definitiv die Flügel-Pigments. Angreif. So, der ist schon mal kaputt. Ach, wie rum wollte ich jetzt eigentlich laufen? Was wäre die beste Reihenfolge? Da habe ich gerade gar nicht geguckt. Weil das ist hier Stufe 4. Ab Stufe 3 musste ich schon mir übelst Gedanken machen. Na gut, so rum wie ich gerade laufe ist eigentlich gut, weil hier fängt das an und ich muss das hier Kreis rum machen. Ist in dem Ei irgendwas drin? Das Ding schlägt nicht aus, also ignoriere ich das Ei mal. So, das Ding brauche ich. Aber tatsächlich nicht so vor Ort. Die normalen Viecher lasse ich von den roten abtransportieren. Und da lasse ich das die Flügel-Pigments machen. Also bei dem Gold dort. Die haben die kürzesten Laufweg. Zumindest die meisten davon. Genau, kommt mir mal entgegen. Nein. Hier wird nicht abgehoben. Das große Ding hier lasse ich Otsche mal abtransportieren. So, dich brauche ich noch, um mir den Weg freizumachen. Die können ja danach wiederkommen. Otsche nimmt das schon mal mit. Die sind die Kürzesten. Nein So, der ist hinüber Da spätestens ab jetzt brauche ich so oder so die geflügelten könnte knapp werden Oh, wem wird die Feuernuss da jetzt erstmal Der Rest kann mir gleich folgen Die Pigments, die ich schon habe, sollen da schon mal arbeiten Nee, das muss ich nochmal machen Die kriegen die Ladung nicht schnell genug weg Da werden jetzt gerade die letzten Goldklumpen abtransportiert Und wir haben sogar noch ein bisschen Restzeit übrig Diesmal habe ich es wesentlich effizienter geschafft Aufteilung war halt einfach nur wichtig Dass ich nicht alle auf die Goldklumpen schicke Auch wenn das natürlich ein schneller Abbau ist Ein Dornbruch nicht zu groß und schlagbar Ich versprochen, erhältst du eine Belohnung Du hast es Rohmaterialien Und dich Die geschreitende Person ist so mächtig Das ist unsere Chance, sie zu retten Bei den ganzen Blinden ist es womöglich festzustellen, dass es trotzdem Wir müssen diesen Laupligen natürlich retten Wenn er wieder in der Höhle verschwinden würde, wäre das nicht gut Wir sollten den Decke dieser Höhle geschlossen halten Ich nehme mal Flügelpick, wenn es ein paar dafür raus So, ich habe die Basis mal noch hier vorne verlegt Sieh mir mal die Visitenkarte ist glaubt nix an Man weiß ja nie Fehler, Fehler, Fehler Nichts, warum mache ich das eigentlich noch? Hohohoho Mir verliebt langsam die Lust Na gut, auf zur nächsten Dandori Herausforderung Strategie Kühlschrank Oh ne Verliere sie nicht Eine Grundregel beim Dandori Kennst du die Grundregeln? Dann beweise es mir Ich kenne das hier Mich umschauen Weil ich muss gucken, in welcher Reihenfolge ich arbeiten will Okay, da muss ich eine Quale vernichten, um Pigment zu befreien Ich muss hier eine Brücke bauen, um mir den Weg leichter zu machen Okay Ich würde sagen, wir arbeiten links rum tatsächlich Oder? Ne Wir gehen so vor Wir gehen jetzt hier runter mit der Nuss Arbeiten uns hier vor Arbeiten dann noch nicht in dem Raum Gehen hier hin Machen hier den Weg frei Dann haben wir die Rohmaterialien Und dann können wir das hier schon mal in Auftrag geben Wenn wir so rum da wieder vorzeitig zurückgehen Ey, ich krieg's nicht geschissen, den zu werfen So kann ich doch nicht anfangen So, auf dich Feuernuss werfen Dann hast du keine Power mehr Das, da geben wir schon mal in Auftrag Weil da können die Feuerpigments eh wenig machen Und nach wie vor eine Feuernuss Ja, nimm die Kartoffel ruhig mit Da kann ich ja einmal gegenwerfen Habe ich sogar ein paar Pigments bekommen So, kann ich das auch da gegenwerfen? Ja, kann ich Meine Pigments werden zwar eingefroren Aber ich kann das einfach gegenwerfen Darüber reden wir mal nicht Sonst rege ich mich auf Ja, die Eispigments lasse ich jetzt diese Brücke bauen Dann haben wir nämlich direkt von Anfang an eine Abkürzung So, und jetzt arbeiten wir links rum Das Ding brauche ich Dann muss ich mir den Raum hier erstmal warm machen Angriff So, den Apfel lasse ich Otschen abtransportieren Einfach einfällt, dann ist die Quale kaputt Transportiert das Ding mal weg So, dann lasse ich jetzt extra nur ein paar arbeiten Ja, komm Ich warte nur, dass du dich umdrehst Du kommst nicht mehr zum Umklatschen Okay, du bist zum Umklatschen gekommen Entschuldigung Otschen, du machst das Und dann wird hier abtransportiert Wenn das jetzt schon alles war War das einer der einfachsten Challenges überhaupt Haben wir irgendwo eine Feuerschale vergessen? Weil es ist immer noch kalt Also hier muss man jetzt sagen War das dann Dori echt einfach Weißt du, das hier war wirklich sehr, sehr einfach Ich hatte ja fast eine Minute noch Zeit Und ich hab's First Fall geschafft Unglaublich, das dann Dori Schockierend Du hast den Rekord gebrochen Nimm dies 30 Rohmaterialien Und ein zweiter Laubling eingesammelt Du bist das richtig cool, Dori Prima Dann holen wir die gestandete Person mal da raus Ich hab deinen Laubling gerettet Gut gemacht Wir sollten versuchen Diese Person so schnell wie möglich zu heilen Er versucht schon gar nicht mehr die Karten zu lesen Na dann Auf Zum Kreaturenwiege Es kamen so viele Kreaturen Gleich hat er auch nicht zu Da ich mich gefühlt habe Wie beim Nobelbuffet Mit allen Extras Ich war so voll Das muss ich erstmal sacken lassen Oh Da werden mir die Lina nun empfohlen Also ich habe das Gefühl Hier wird es entweder nicht viel zu sammeln geben Auf den Ebenen Oder es ist generell eine kleine Höhle Weil hier gibt es nur einen Der gerettet werden muss Und zwölf Schätze Also so viel kann es hier nicht geben Und so verhindert man die in Schnelldurchlauf Okay Wir kriegen wieder ein paar lila pigments Ist nicht so Als hätte ich gerade den Platz Um Grüne zu holen Das hätte ich jetzt nicht Die roten geopfert Okay Hier nicht lang Auch mal muss ich hier durch Ohne Otschen Ich kann nicht eh nicht transportieren Da die Wege nicht offen sind Und hier muss ich erstmal frei kloppen Ich würde sagen Den Ballonus zuerst Warte mal Ich warte bis er auf der Richtigen Seite liegt Dann glaube ich Dass der erst nochmal umkippt Wo ist denn jetzt Das Ding was ich brauche Um die Wege frei zu machen Ach da kann man durch Ich brauche jetzt Trotz allem erstmal Das da Mach das Wasser mal aus So dann machen wir jetzt erstmal die Wege frei Sonst kommen die ja nirgendwo hin Und dann transportiere ich jetzt erstmal alles ab Was ich jetzt auf der einen Seite freigelegt habe So damit habe ich jetzt alles ab transportiert Bis hier war Und ich habe mir auch schon die lilaen pigments Jetzt müssen wir nur noch hier frei machen Und dann wäre eigentlich auch schon fertig Ja war nochmal ein bisschen Nektar da Ja auf der Ebene so viel fertig Weiter geht's Okay Wir haben 33% zu diesem Zeitpunkt Das heißt Der Ort hier Also die Höhle Ist wirklich nicht besonders tief Da ist ein Hundeloch Und schon habt Spaß Ah Musste mir den Weg hier Ausschieben Dafür mache ich das Okay Da haben wir auch Auch den Weg wieder zurück Haben wir hier erstmal alles frei Ich kann auch danach noch ab transportieren Und Angriff Gut gedotscht Aber ich habe meine anderen Methoden noch Um die auszuschalten So Da haben wir 100 pro was neu ist Helfen können wir mal ruhig so viele wie irgend möglich Ach ja da ist ja eine Kostabitzenlarve ne Ich habe die mir das Leben schwer macht Oh Jetzt muss ich nur noch das Rohmaterial Da hinten habe ich immer noch hier den Weg mir auch erstmal öffnen Haben wir den Teil hier schon fertig Okay Brücke ist fertig Und Alice ist erbtransportiert Dann haben wir dich jetzt mal eben kurz fertig Muss ja warten Dass du deine Stacheln los wirst Sonst mache ich mir mein Leben schwer Und tot Was hast du denn da hinterher drin Der Ding ist ja doppelt so groß wie du Wo da unten Ist eine lila Zwiebel Also eine Lina Königin Blume Die Kostabitzenlarve steht ja fies Weg weg mit dir Äh 300 wie ich das Ding Ja da gönne ich mir auf jeden Fall Vorher hier die lila Pigments Ansonsten liegt hier nichts mehr rum oder Das ist das letzte was hier rumliegt Na gut Dann abtransport Das Ding natürlich zuerst Da sollen wir eben kurz alle helfen 455 Tage Power habe ich gerade einfach 500 Teil von mir gerade schieben Hier wird ordentlich gezogen Alter so ein fettes Stück Schinken Ich kriege Hunger Wie hat das überhaupt in den reingepasst So damit haben wir das letzte Objekt Hier auf der Ebene abtransportiert Dann können wir weiter So wir sind auf der tiefsten Ebene 5 Schätze sollen hier rumliegen Okay wir haben irgendeinen Boss jetzt direkt vor uns Und es hat was mit den Larven zu tun Machen wir einfach mal kaputt Oh Königin Knallenaugel ist zurück Nee lass die Rohmaterialien erstmal liegen Äh Ich glaub da werbe ich Zwei Bomben rein Allein schon um Eine riesige Armee loszuwerden Wart mal Es geht doch eigentlich auch so Komm Du siehst mich Eigentlich wollte ich Dass es das Vieh auf mich losrollt Und dann einfach Ihre Kinder umnietet Ja kommt Alle in eine Reihe So macht man die kaputt Okay es macht kaum Sinn Die zu bekämpfen Otschin Otschin Man Nur weil Otschin sich jetzt gerade an dem Nektar gelabt hat Okay Wir haben ja gerade eben gesehen Wie sie kämpft Ich glaube wir machen es einfach so Dass wir sie direkt einfrieren Nachdem sie All ihre Kleinen Larven verloren hat Weil wir würden Viel zu viele Pigments verlieren Wenn wir sie anders bekämpfen Ich habe hier ein paar Eisbomben So kommt der Ich halte mir schon mal die Eisbomben bereit Die werbe ich dann sobald sie stehen bleibt Damit wir die Verluste minimal halten So und Angriff Okay Ich mache das jetzt so Ab hier kämpfen wirklich besser Nur die Felspigment Bei alle anderen Pigments würden sterben So Die stehen jetzt hier nur mit Felspigment Mit den anderen Pigments ist mir das einfach zu heikel Weil die braucht nur einmal über die drüber rollen Und die sind tot Und das geht wirklich sehr schnell Jetzt ist sie tot Jetzt können die anderen kommen Mir war das einfach zu heikel Also Ja wir haben jetzt Einmal Ja sogar einen Lauf gesehen Also ich habe jetzt Hier Ja er ist so versucht Aber da sind so viele Pigments Instant gestorben Da habe ich dann nochmal zurückgedreht Mit der Zeit Und jetzt wirklich nur mit dem Felspigment Die bekämpft Weil anders vernichte ich nur meine eigenen Pigments Fürs Knollenauge ist so ein schlimmer Gegner In diesem Spiel Irgendwie ein bisschen lame Irgendwie ein bisschen lame Dass hier einfach nur so fünf Entchen in sich drin hatte Das ist irgendwo lame So da ist was vergraben Da war der Gestrandete Der hier noch fehlt Und es ist nicht mein Laubling Mal sehen was sonst die Visitenkarte verrät Schatzjäger Dober Heimannet Kopai Ehemalige Elitespinase Geht nun Gerüchten über Schätze nach Und mit dem Prophet nach dem Hunger In seine Heime zu bekämpfen Aha Dieser gestandene Stamm von Kopai Hoffen wir dass er uns sagen kann Wo sich Nelly aufhielt Ein Kopaijana wurde gerettet Was ein Kopaijana gefunden Ist zwar nicht Nelly Vielleicht erfahren wir jetzt Wo sie zu finden ist Wir sollten uns mit ihm unterhalten Wenn er aufgewacht ist Okay Hauptmission sagt zwar Kehre zum Basiscamp zurück Aber ich sammle jetzt erstmal noch Den Nektar hier mit allen auf Die noch nutzen können Und dann gehen wir nach oben So Nektar wurde abgesammelt Auf zur Oberfläche Da haben wir jetzt einige Lilane Pigments bekommen Und ein paar neue Sachen gefunden Nicht viel aber ein paar König der Braten Witzautomat Treibhausfrucht Erinnerungsvermitteln Unterrand Kein Pigment ist gestorben Zumindest nicht nach dem Zeit zurück Trägt meine Ecke Die gedauere Auge Weil Bei ihr muss man wirklich Komplett auf Felspicken gehen Ansonsten Die die du wirfst Die sterben auch Du wirfst sie nur in den Tod Und da sind wir wieder oben Eine Höhle vollständig erforscht Okay Wir haben noch Also auf der Seite haben wir eigentlich gar nichts mehr zu tun Äh wir haben da oben noch eine Dann durch Herausforderung Wir haben hier noch ein Loch Das erkundet werden will Und Hier haben wir ein Duell Ich würde sagen Da tue ich mir dann Save die Basis hin Das glaube ich das intelligenteste gerade Muss aber erstmal wieder dahin laufen So Die Basis steht jetzt hier Ich würde sagen Wir springen jetzt in das Loch rein Was wir hier links von uns haben Also da auf dem Hügel Und da machen wir dann unten Dann auch Schluss für heute Ultimatives Testgelände Ich habe mir schon Mit einem möglichen Geschafft Die größten Kreaturen Sind meist auch die leckersten Außer diese einen Die wie eine ultimative Waffe aussieht Die habe ich kaum runtergekriegt Sollte ja auch nicht alles essen Was du siehst Zwei gestandete Und zwölf Schätze Oh da habe ich ja eine Empfehlung Okay Ich bin schon gespannt Was mich hier erwarten wird Also wir können jetzt schon mal Grob drüber schauen Da muss ich auf jeden Fall Eine Brücke bauen Das steht ja wohl Von vornherein fest Okay Ich werde hier sehr viel Mit den Flügelpicknets arbeiten Habe ich irgendwie im Gefühl Ich glaube Bei den Blau, Rot etc Wäre es glaube ich Egal gewesen Was ich mitnehme Na gut Da haben wir ja schon mal Einen groben Überblick Ich würde aber sagen Wie man Hier jetzt für heute Schluss Weil das ging bei mir Jetzt schon lange genug Bei euch ist ja immer Ein bisschen stark geschnitten Wenn ich alles absammle Noch Und so weiter Ja Wenn es euch gefallen hat Ein Abo und ein Like Da lassen Und wir sehen uns Dann beim nächsten Part wieder Dann machen wir dann Diese Höhle hier Ciao Leute Bis dann Um Untertitelung des ZDF, 2020